moin moin liebe leute und herzlich willkommen zur nächsten folge merkwürge historische nachrichten bevor wir loslegen wie immer der dank an die patreons danke für die unterstützung und an alle die vielleicht auch lust haben dieses projekt zu unterstützen schaut in die infobox da findet ihr einen link kommt zu den patreons kriegt ein bisschen bonus content und austausch auf dem discord server würde mich freuen wenn ihr dabei seid aus aktuellem anlass weise ich außerdem darauf hin am 21 10 bin ich bei crop fm ich habe es ja hier und da schon erwähnt 19 uhr ist das datum und die crop fm seite ist natürlich auch in der infobox verlinkt ich freue mich wenn ihr dazu stoßen könnt in dieser woche habe ich eine etwas längere zeitungsmeldung mitgebracht und da verlieren wir gar keine zeit sondern gehen direkt rein viel spaß bei der nachricht das gespenst der barberina brief aus gloger wenn den letzten wochen durch die dörfer und landstädtchen des niederschlesischen kreises gloger reiste der musste zu der überzeugung kommen dass den kalendermachern bei der jahreszahl die wir gerade schreiben ein irrtum unterlaufen wäre leben wir wirklich im jahre 1932 oder sollte es nicht richtiger 1392 heißen in und bei gloger jedenfalls war wieder finsterstes mittelalter angebrochen tausende sonst ganz vernünftige leute waren opfer einer massensuggestion und von dem wahn ergriffen worden die barberina die viel gefeierte tänzerin friedrichs des großen die seit mehr als 130 jahren in der pfarrkirche des dorfes hochkirch begraben liegt spuke in den wäldern der umgegend zahllose personen wollten das gespenst gesehen haben diese geistige seuche vergleichbar nur mit dem hexen und teufelsfahren vergangener jahrhunderte nahm ihren ausgang im pflege- und altersheim von gloger ende august das thermometer hatte an diesem tage 35 grad hitze erreicht kam eine 82 jahre alte insassin aufgeregt vom bären suchen heim und erzählte an allen gliedern zitternd sie hätte im walde ein furchtbares erlebnis gehabt zwischen den stämmen sei plötzlich eine frau hervorgetreten in ein weißes gewand gehüllt mit fließendem schwarzen haar und purpurroten lippen die gestalt habe sie die greisen gefragt ob sie bereit sei ein unermesslichen im walde vergrabenen schatz zu heben als sich die entsetzte bekreuzigte sei die erscheinung verschwunden die spittelweiber fast durchweg über 75 jahre alt beredeten des langen und breiten die seltsame geschichte am anderen tage ereignete sich ein fast noch größeres wunder gelähmte und gebrechliche insassen des heims die zum teil seit jahren ihre stuben nicht mehr verlassen hatten humpelten hinaus in den wald um womöglich ebenfalls der geheimnisvollen gestalt zu begegnen einer der alten frauen die nebenbei gesagt schon mehrere jahre in der bunzlauer irrenanstalt zugebracht hatte blühte auch das glück die erscheinung im weißen gewande zu treffen die dame aus der vierten dimension schienen aber des herumstreifens durch die oderwälder müde geworden zu sein denn sie ritt so erzählte die vor angst schlotternde greisen diesmal auf einem rappen der pfeil schnell davon galoppierte als die alte frau seinen weg kreuzte das widerlegte gründlich den glauben dass die spukgestalt die madonna sein könne wie man ursprünglich angenommen hatte eine madonna die auf einem rappen daher reitet widersprach denn doch allen herkömmlichen anschauungen jedenfalls sprach sich die sache mit windeseile herum und sogar dem redakteur des lokalblattes der offenbar nicht wusste wie er seine zeitung füllen sollte erschien die sache wichtig genug um sie in seinen spalten zu bringen da der gute mann etwas von seinem eigenen senf dazugeben wollte knüpfte er an die notiz die tiefsinnige bemerkung die weiße frau auf dem rappen könne niemand anders sein als die barberina die berühmte tänzerin des alten fritz andere provinzblätter druckten die seltsame begebenheit nach und so schwoll die zahl der aberglaubensgenossen bald an wie eine total stürzende lawine die kinder in der schule die bürger am stammtisch die arbeitslosen vor der stempelstelle hat nur ein gesprächsthema der geist der barberina spukt in der umgegend bald wollten dutzende von einwohnern das gespenst gesehen haben ein biederer glasermeister der zwecks beobachtung der mitte september erfolgten mundfinsternis angestrengt zum himmel starrte sah die spukende dame zwischen den wolken von dort winkte sie ihm holt lächelnd zu der übergeschnappte glaser konnte sogar eine detaillierte beschreibung der erscheinung geben ein weißes gewand mit eingewebtem rosenmuster hatte die tänzerin getragen und an ihrem handgelenk hatten zwei kostbare brillanten besetzte armbänder gefunkelt das tollste aber erlebten angeblich drei musiker die bei morgengrauen von einem tanzvergnügen heimkehrten sie sahen nicht nur nein sie sprachen sogar die weiße dame launisch wie sie schon immer gewesen war hatte die barberina sich des rappens entledigt und sich eines anderen verkehrsmittels bedient sie lehnte in einer himmelblauen sänfte die von unsichtbaren trägern getragen in der dämmerung schwebte zu dem musikanten sagte die barberina hört meine freunde im wald von gramschütz müsst ihr graben es wird euer glück sein die musikanten konnten ihr erlebtes nicht für sich behalten und schon nach wenigen stunden ereignete sich folgendes was nur immer hacke und spaten tragen konnte vom säugling bis zum greise eine unübersehbare menschenschar aus den dörfern der umgebung zusammengeströmt pilgerte in den bezeichneten wald perlenden schweiß auf der stirn wendete man das erdreich um vernichtete junge schonung stieß bis an die tiefsten wurzeln ältester bäume um den verborgenen schatz zu heben nachts wurde bei fackel beleuchtung weitergearbeitet man stöhnte man ächzte man schwitzte ein grausiges mittelalterliches bild die einwohner beim gespenstischen schein flackernden feuers nach einem vergrabenen schatze suchen zu sehen der staatliche förster rang die hände enormer waldschaden war angerichtet worden der förster benachrichtigte den landrat der entsandte ein aufgebot von landjägern die dem tollen treiben einhalt gebieten sollten denn die wahnwitzige menge begann jetzt auch noch die umliegenden felder mit ihren spaten zu verwüsten es kommt zu verschiedenen sistierungen denn die leute weigern sich mit gewalt von ihrem tun abzulassen im gasthause zu gramschütz wird eine versammlung abgehalten der lehrer wendet alle mittel der überredung an um die verrückt gewordenen leute zu überzeugen dass es keine gespenster mehr gebe dass die barbariner seit länger als 100 jahren tot und begraben und dass es irrsinn sei an vergrabene schätze zu glauben ergebnis der redner wird ausgepfiffen und sie spukt doch heult es ihm aus dem saal entgegen da entschließt sich der ortspfarrer von hochkirch ein radikalmittel anzuwenden um die leute zur vernunft zu bringen die gruft der barbariner so verkündet er soll im beisein von zeugen geöffnet werden damit sich jedermann vom vorhandensein der leiche überzeugen könne an dem denkwürdigen tage da dieses ereignis von statten ging standen hunderte von personen einlassbegehrend um das hochkircher gotteshaus eine solche menge konnte die kleine kirche nicht fassen nur wenige auserwählte durften in die gruft hinein eisige luft moderduft vollnisgeruch ein prächtiger sarkophag zeigte sich den blicken schraubenschlüssel werden angesetzt ein scharnier quietscht frauen schreien hysterisch auf und müssen ohnmächtig hinausgetragen werden dann hebt sich der sagdeckel im sage liegt die gut erhaltene mumie einer uralten frau umhüllt von einem weißen sterbegewand die hände stecken in weißledernen handschuhen es ist die barbariner die im alter von 78 jahren als äbtissin von barschau gestorben ist so ergab sich für die erschaudernden zuschauer leider keine gelegenheit sich von der schönheit der viel gefeierten tänzerin zu überzeugen aber man sah wenigstens dass die dame noch in ihrem sage lag und daher nächtliche ausflüge nicht gut unternehmen könnte und dieser denkwürdigen exhumierung wurde ein protokoll aufgenommen und darin der nachwelt mitgeteilt dass zur zeit der gruft öffnung papst pius der elfte in rom residierte und hindenburg präsident des deutschen reiches war dann legte man das dokument in den sarg und stülpte den deckel darüber so geschehen im september des jahres 1932 ja hier haben wir also einen artikel vor uns der die besagte geschichte wiedergibt offensichtlich aus einem brief aus der gegend zumindest suggeriert das der titel des textes und es ist ganz deutlich dass die person der verfasser die verfasserin hier nicht so sehr begeistert ist von diesen scheinbaren oder angeblichen geschehnissen sondern das ganze wird ganz eindeutig in den kontext oder unter das stichwort aberglaube einsortiert was für die zeit natürlich auch absolut zu erwarten wäre was ich interessant an dieser geschichte fand ist tatsächlich ein bestimmtes detail nämlich ganz am anfang eine person eine alte person um genau zu sein die also offensichtlich in einem alters und pflegeheim vor ort untergebracht ist trifft eine seltsame gestalt im wald und zwar beim bären suchen das kann man sich direkt vermerken meinem auch gefühl nach finden überdurchschnittlich viele seltsame begegnungen seltsamerweise beim bären suchen im wald statt oder im kontext des bären suchens im wald da gibt es zahlreiche beispiele für marinen erscheinungen aber auch andere seltsamkeiten und sogar im kontext missing four one one ist das glaube ich ja schon beobachtet worden dass das bären suchen womöglich eine besondere rolle spielt man kann natürlich einwenden naja gut es gibt nur so ein paar tätigkeiten zu denen die menschen in den wald gehen und wenn sie dann seltsames im wald erleben dann ist es eben auch entsprechend wahrscheinlich dass es bei einer dieser tätigkeiten der fall wäre was weiß ich heutzutage wahrscheinlich am ehesten spazieren gehen fahrrad fahren und dergleichen und früher tatsächlich sind die menschen mehr bären sammeln gegangen im wald ich weiß das auch noch von meinen großeltern zum beispiel einfach falls weniger gab und die bären aus dem wald dann ein willkommenes zu brot sozusagen waren und man ist dann halt einfach tatsächlich öfter mal bären sammeln gegangen also ich will die mysteriösität des bären sammels gar nicht überbetonen oder sowas es ist aber eben dann doch eine auffälligkeit die wiederkehrt was auch immer der grund dafür sein mag ja dadurch bin ich aber an dieser geschichte mehr oder weniger erstmal hängen geblieben logo ist ein ort der natürlich im heutigen polen liegt ich kann die polnische aussprache leider nicht korrekt reproduzieren sonst würde ich das versuchen in niederschlesien und damals 1932 war dort eben noch eine mehrheitlich deutschsprachige bevölkerung und das ist erstmal so der grob kontext in dem das ganze hier einzuordnen ist was hat also nun diese frau da im wald gesehen ja wir bekommen es einigermaßen ich sag mal genau beschrieben ich meine mehr geht immer genauer geht immer aber immerhin wir haben die info zwischen stämmen baumstämmen ist wohl zu vermuten im wald ist plötzlich eine frau hervorgetreten in ein weißes gewand gehüllt schwarze haare purpurote lippen und diese gestalt hat die zeugen angesprochen und gefragt ob sie bereit sei einen im wald vergrabenen schatz zu finden nach bekreuzigung seitens der greisen ist die erscheinung dann verschwunden bei klassischen marien erscheinungen findet auch oft eine ansprache der leute statt die diese erscheinung haben wie gesagt auch hier gar nicht so selten auch im wald ich habe mein gehirn länger bemüht aber mir ist nicht eingefallen dass ich schon mal gehört hatte dass eine solche erscheinung die dann später als marien erscheinung interpretiert wird oder überhaupt als marien erscheinung interpretiert wird einen vergrabenen schatz erwähnt hat so ein vergrabener schatz ist an sich auch ein sehr häufiges motiv es hat auch in der grünen neuzeit auch im mittelalter und auch im 19 jahrhundert noch regelrecht in ich sag mal berufszweig gegeben leute die ja leute die über land gezogen sind und anderen leuten versucht haben weiß zu machen dass sie wüssten wo ein schatz vergraben liegt oft durch geister sozusagen dieses wissen haben und dann war das im grunde so ein gewisser trick dahinter dann hat man diesen leuten versucht irgendwie geld aus der tasche zu leiern für vermeintliche zutaten für rituale und so weiter um dann den schatz final heben zu können also das läuft unter dem stichwort schatzgräberei habe ich glaube ich in anderen folgen auch schon hier und da mal erwähnt und ist wirklich was nicht ganz selten ist ja und auch im frühen 20 jahrhundert würde mich jetzt so eine geschichte nicht überraschen ich will gar nicht sagen dass das hier der fall ist ich sag nur hier es gibt hier einen gewissen kontext für dieses motiv zumindest ja was dann allerdings auf basis dieser geschichte passiert spricht meines erachtens nach nicht so sehr für diese theorie dass da irgendwer ein solches gerücht säen wollte um dann die leute abzuzocken sondern die geschichte scheint sich ganz von alleine dann zu verbreiten und es wird auch keine weitere person kein geheimnisvoller fremder sage ich mal erwähnt der dann seine dienste anbietet das wäre bei der schatzgräberei der erwartbare normalfall das sozusagen im richtigen moment der magie bewanderte fremde um die ecke kommt und eben seine dienste anbietet und dann die ganze geschichte ihren lauf nimmt das wird hier nicht erwähnt kann natürlich trotzdem so gewesen sein aber wir gehen jetzt einfach von diesem text aus als stand der dinge da das hier nicht erwähnt wird gehe ich davon also auch nicht aus aber eben was man hier sehen kann die frau erzählt das erlebnis weiter und trifft damit auf offene ohren in ihrem direkten umfeld da im alten und pflegeheim sind ja gebrechliche leute die sich vielleicht erhoffen dieses diese erscheinung dieses wesen im wald ebenfalls zu treffen und das macht auch sinn wenn man sich überlegt dass womöglich die erste interpretation von einer geschichte oder eine der ersten interpretation einer solchen geschichte tatsächlich sein kann und aus meiner sicht auch nicht unwahrscheinlich ist dass es sich um eine marienerscheinung handelt und von der erwartet man dann natürlich nur positives es wird ja hier sogar auch erwähnt und das wird dann offensichtlich erst wieder verworfen als dann eine zweite sichtung stattfindet bei der die erscheinung auf einem geisterpferd sagen wir mal unterwegs ist und das wäre tatsächlich etwas was nicht zu den klassischen motiven von marienerscheinungen gehört und dann schwenkt hier offensichtlich die allgemeine meinung um zumindest erscheint lässt dieser text ist so erscheinen und man vermutet jetzt hinter der erscheinung die barberina wie es hier so schön heißt das ist eine barbara campanini gewesen die ist 1721 geboren in parma und 1799 in barschau gestorben und war eben tatsächlich dort in hochkirch beigesetzt also diese person hat es wirklich gegeben es war eine bekannte balletttänzerin womöglich mit großem wiederhall sage ich mal bei friedrich dem großen wie es im text auch angedeutet wird soweit ich weiß sind das gerüchte über die es jetzt keine konkreten nachweise oder dergleichen gibt spielt für uns sicherlich auch keine rolle für uns wichtig also eine lokale größe eine sicherlich zwar schon lange tote aber dann doch ausreichend exotische figur sage ich mal dass man sie auch deutlich nach ihrem tod noch im gedächtnis hatte zumal sie eben wie gesagt da vor ort begraben gewesen ist ja und der artikel stellt es jetzt so da dass sich gewissermaßen da eine ganze hysterie ausbreitet massenhysterie immer mehr leute sehen das interessant ist natürlich der bericht von dem glaser der den himmel beobachtet und dort zwischen den wolken die figur sieht das wäre wieder was klassisch marien erscheinungs mäßiges sie winkt ihm auch noch fröhlich zu oder freundlich zu und er konnte sie offensichtlich so gut sehen dass er ein recht detailliertes bild von ihrem aussehen geben konnte wiederum weißes gewand also da herrscht einigkeit mit eingewebtem rosenmuster das ist jetzt ein detail das bei der begegnung im wald nicht berichtet wurde und dann auch noch kostbare brillant hinbesetzte armbänder auch das im ersten bericht nicht vorhanden der höhepunkt für den artikel ist dann eine weitere sichtung und zwar von drei musikern nachts im morgengrauen vielmehr die wohl nach einem auftritt nach hause gingen ich vermute mal gut beschwipst was ich persönlich immer gar nicht als argument gegen die glaubwürdigkeit von irgendwelchen erlebnissen per se werte kann natürlich im einstfall auch der fall sein aber würde ich jetzt erstmal nicht grundsätzlich sagen können ja alle den alkoholrausch und was der so vermag und was der nicht so vermag kann man denke ich halbwegs einschätzen ja und hier wird es jetzt ganz verrückt sage ich mal die entsprechende erscheinung ist auf einer sänfte unterwegs die von unsichtbaren getragen wird oder von alleine schwebt da hätte man sich jetzt natürlich gerne gewünscht diese sänfte noch ein bisschen genauer beschrieben zu bekommen denn wer weiß bei einer detailbeschreibung würden vielleicht unsere modernen geister gar nicht die assoziation sänfte ziehen sondern vielleicht noch etwas anderes ihr wisst wo denke ich worauf ich hinaus möchte ja aber erfahren wir leider da nicht was dieses selbst schwebende gerät innerhalb der erscheinung da gewesen ist aber wir erfahren sie hat wieder ihren schatzgeschichte erzählt offensichtlich so ist denn so geschehen ist und gibt eine recht scheinbar ausreichend genaue ortsangabe im walde von gramschütz da hat man sich dann also offensichtlich tatsächlich ausreichend informiert und berufen gefühlt direkt loszulegen und wir hören ja von einem größeren geschwader sage ich mal von einheimischen die dann mit entsprechenden werkzeugen bewaffnet da die landschaft auseinander nehmen ganz witzig fand ich auch die erwähnung des försters der da kann man sich richtig vorstellen wie der an der geschichte wahrscheinlich verzweifelt der wird sicherlich vielmehr seine wirtschaft dort also seine forstwirtschaft entsprechend im blick gehabt haben als irgendwelche erscheinung und da ist das dann schon nachvollziehbar wenn dann so eine horde spontaner schatzsucher da über irgendein stück hinweg zieht dass der förster da ein bisschen graue haare bekommt fand ich ein ganz lustiges detail der geschichte naja der förster hat aber nicht nur graue haare sondern der sagt auch bei der obrigkeit bescheid und zwar in form des landrats der wiederum entsprechend landjäger schickt also militär und das hat scheinbar nicht so richtig ausgereicht um die leute zu überzeugen wir hören davon dass sie von ihrem tun nicht wirklich ablassen trotz dessen aber man schafft dann wohl eine zumindest zeitweisen beratungsfrieden sozusagen denn man kommt scheinbar im gasthaus zusammen um die sache zu besprechen der lehrer vor ort natürlich auch in dieser zeit immer ein gewisser vertreter der obrigkeit bis heute ja im grunde auch der lehrer an der staatlichen schule ist er im öffentlichen dienst und insofern im übertragenen sinne indirekt auch natürlich immer irgendwo ein stück repräsentant seines dienstherren also der öffentlichen hand der versucht hier also mit vernunft zu argumentieren beziehungsweise einfach zu behaupten es gibt keine geister so muss man es vielleicht eher sagen und dass es auch irre sei an vergabene schätze zu glauben das verstehe ich nicht so ganz ich meine vergabene schätze gibt es aber die aussichten sie zu finden sind wahrscheinlich geringer als man meist meinen würde er hat aber auch ohnehin da kein erfolg wird ausgepfiffen und dann müssen größere geschütze aufgefahren werden der pfarrer natürlich auch zu diesen zeiten immer noch eine echte autorität normalerweise in der jeweiligen landgemeinde muss man abstriche machen ist natürlich auch immer personenbezogen wie viel ansehen dann so jemand besucht aber in der tendenz wie viel ansehen jemand besitzt meine ich natürlich aber in der tendenz war dieses amt dann doch zu dieser zeit noch mit normalerweise respekt verbunden und der hat nun eine andere argumentationsschiene gefahren nämlich der sagt das kann nicht die tänzerin sein hier wir gucken einfach mal in der gruft nach da liegt sie ja noch und das überzeugt euch dann hoffentlich dass sie entsprechend nicht diese erscheinung gewesen sein kann ja gesagt getan wir erfahren dass das durchgezogen wird dieser plan bekommen sogar noch eine kleine beschreibung der sterblichen überreste unserer tänzerin und dann noch zum schluss des artikels diesen etwas wiederum sarkastischen vermerk über die exhumierungs protokoll und so weiter das ist denke ich noch mal eine anspielung auf den die einleitung des artikels nämlich die frage ob wir uns hier wirklich im 20 jahrhundert befinden tatsächlich solche exhumierungen lassen eine eher ans zum beispiel 18 jahrhundert denken und hier ist der weitere interessante faktor den ich hier auch für mich verortet habe in der geschichte im 18 jahrhundert hat es in bestimmten regionen vor allem südosteuropas hier und da exhumierungen von leichen gegeben denen man eben auch das umhergehen nachgesagt hat und das stichwort ist hier vampirismus und daran kann man erkennen eine ganz interessante sache nämlich dass ich denke mal heute tendieren wir dazu bei einem geist nicht davon auszugehen wenn wir einen geist sehen dass das jetzt irgendwie sein körper sein muss oder dergleichen sondern eben ein geist einfach nur das war aber tatsächlich nicht immer so oder nicht zu allen zeiten und zu allen orten so dass man sich das so vorgestellt hat sondern mitunter das zeigen uns da würde ich sagen die quellen beim vampirismus schon war hat man da etwas einfacher gedacht im zweifelsfall wenn ich den oder diejenige sehe dann ist der oder diejenige auch da und diese untertrennung dann von körperlich oder geistig wurde gar nicht mitunter gemacht das zeigen eben diese beispiele und so macht dann tatsächlich auch diese argumentation des pfarrers hier sinn die heute wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren würde also es ist durchaus vorstellbar dass die leute damit dann beruhigt worden waren tatsächlich als sie die leiche gesehen haben und dann der meinung waren ja okay dann kann sie hier nicht umher spuken heute würde es nicht funktionieren dann würden die leute natürlich immer noch denken ja gut dann liegt die leiche halt im sarg aber der geist kann ja hier trotzdem herum spuken einfach weil wir irgendwie gewohnter sind eine starke trennung von körper und geist oder eine unabhängige seinsweise von gespenstern in und ihren körpern sozusagen anzunehmen ja also das ist ein interessantes detail was einem so ein bisschen was verrät über auch die welt und menschenvorstellung die leute zu anderen zeiten und an anderen orten so hatten ich persönlich finde das interessant dass wir das hier so noch im 20 jahrhundert finden denn mein eindruck ist schon dass diese art sich die zusammenhänge vorzustellen im laufe der zeit eben tendenziell weniger geworden ist in europa aber hier 1932 in schlesien war diese enge verknüpfung oder man kann auch andersrum sagen nicht so starke trennung zwischen geist seele körper offensichtlich noch verbreiteter als ich persönlicher zum beispiel gedacht hätte denn ansonsten hätte ihm diese ganze aktion von dem pfarrer überhaupt keinen sinn ergeben ja was haben wir jetzt hier es gibt natürlich immer die möglichkeit das ist ja klar dass es sich um eine zeitungsente handelt ich werde natürlich in der zukunft noch drum herum recherchieren aber nehmen wir das jetzt mal nicht an dann kann man hier sicherlich die skeptische position einnehmen und vielleicht annehmen dass die erste person da am wald irgendwie eine halluzination hatte ich meine die war alleine sowas gibt es ja tatsächlich und das kommt den leuten dann auch tatsächlich vollkommen realistisch vor würde aber von einer anderen person wenn sie anwesend gewesen wäre vielleicht nicht gesehen worden sein und dann hat sich halt dieses gerücht verselbstständigt und tatsächlich so eine art massen hysterien anführungsstrichen ausgebreitet ich bin ja immer vorsichtig mit solchen erklärungsversuchen aber ich erkenne auch immer an dass die schon nicht ganz ohne anklang in der realität sind natürlich so eine kleine gemeinde wenn man dann so eine spektakuläre geschichte da hört dann hält der ein oder die andere vielleicht versteckt die augen offen und vielleicht reicht das schon um weitere beobachtungen zu produzieren die vielleicht sonst niemandem aufgefallen wären verwechslung und so weiter und so fort alles absolut im rahmen des machbaren oder des denkbaren der schatzgräber betrug wäre natürlich auch immer noch eine option obwohl ich die hier wie gesagt für nicht so wahrscheinlich halte da keine entsprechende personen irgendwie erwähnt werden die da versuchen nutzniesen draus zu ziehen oder natürlich auch eine mischung massen hysterie in anführungsstrichen und dann vielleicht noch der ein oder andere scherz bolzen der das ganze mit absicht um eine weitere interessante geschichte erweitert könnte man zum beispiel an die musiker denken vielleicht in bierselige laune zu dritt sich einen scherz überlegt ist jetzt klar ich formuliere das alles im sinne von möglichkeiten kann jetzt keiner sagen auf unserer informationsbasis zumindest ob das so gewesen ist gleichzeitig fällt aber eben auch auf dass dann doch teile der erlebnisse wiederum ganz gut bekannten mustern entsprechen das muss natürlich auch kein indiz sein für reale erlebnisse aber in der tendenz würde ich schon erstmal ein bisschen so deuten wie gesagt das bären sammeln finde ich verdächtig die tatsache dass die erste angesprochene eine eher am rande der gesellschaft stehende person ist denn das ist auch sehr sehr häufig bei marienerscheinungen der fall alte frauen überhaupt sowieso tendenziell eher frauen als männer gerne alte frauen oder auch besonders junge frauen also kinder mit anderen worten das würde schon so ins bild passen auch der bericht des glasers mit der figur zwischen den wolken hat für mich ganz relativ klassische marienerscheinungs anklänge was da dann nicht reinpasst ist die geschichte mit dem rappen und dem pferd wenn ihr marienerscheinungen kennt wo sowas mal vorgekommen ist bitte mir unbedingt unbedingt bescheid geben ist mir jetzt soweit ich mich erinnere jedenfalls noch nicht untergekommen und auch die geschichte der musiker wäre dann eher untypisch und das gilt wiederum jetzt allerdings auch für die erste beobachtung da der verweis auf einen schatz ist meines wissens nach auch sehr sehr untypisch für marienerscheinungen in klassischen marienerscheinungen kommt normalerweise der aufruf zur umkehr zum gebet zum rosenkranz beten zum beispiel und derlei eindeutig religiöse dinge während des ausbuddeln eines schatzes ist denn doch der gottes mutter unwürdig sage ich jetzt mal hier so etwas flapsig so das wären jetzt so die ganz klassischen ansätze nun kann man aber natürlich noch weitergehen und wenn man der meinung ist dass womöglich irgendwo in den sphären die uns umgeben in unserer existenz es wesen gibt die in unsere welt auf irgendeine art und weise eintreten können und das auch tun um uns was auch immer wir wissen es nicht zu manipulieren vielleicht gefühle abzuernten in anführungsstrichen oder sonst was ja dann wäre das hier natürlich auch eine denkbare möglichkeit witzigerweise wird im text selber die vierte dimension erwähnt das ist ja fast schon so ein moderner anklang an crypto terrestrials terrestrials oder ultra terrestrials um genau zu sein etwas seltsam ausgesprochen hier aber ihr versteht was ich meine ja und ich meine wir haben einfach auch sehr viele erlebnisse natürlich aus der ganzen welt wo menschen ganz bizarres erleben und zum teil ja wie ihr wisst auch von mehreren leuten bestätigt also so dass man schon sagen muss da ist irgendwas passiert und das ist dann natürlich hier auch immer noch eine option vielleicht haben die leute tatsächlich alle genau das erlebt was sie sagen und dahinter steckt irgendeine nicht menschliche intelligenz die für uns nicht gut nachvollziehbare ziele mit ihrem handeln verfolgt vielleicht wollte diese intelligenz aus irgendeinem grund dass da dieser wald umgebuddelt wird kann mir jetzt wie gesagt nichts denken warum man das wollen würde aber wer weiß bei andersartigen intelligenzen kann man ja auch nicht einfach so davon ausgehen dass deren denkweise und motivationslagen für uns nachvollziehbar sind das wäre natürlich ein super glück aber muss ja nicht so sein also da ist dann rein theoretisch auch alles mögliche denkbar wir bleiben also mal wieder mit fragezeichen zurück aber haben eine weitere interessante geschichte für das archiv ich werde natürlich versuchen die zeitungsumgebung sage ich mal vielleicht abzuklappern ob ich von dieser geschichte noch mehr höre bisher ist mir das nicht gelungen aber noch ist auch nicht aller tage abend ja ich hoffe ihr fand diese geschichte auch interessant ihr seid sehr gewöhnt dass ich keine lösung anbieten kann sondern nur so grobe szenarien vorschläge mache würde mich natürlich auch interessieren was ihr zu der sache sagt und vor allem wenn ihr irgendwelche marinen erscheinungen kennt die vielleicht manche dieser eigentlich nicht so passenden motive enthalten wäre ich über den hinweis dankbar ansonsten leute falls ihr noch nicht abonniert habt diesen kanal macht das doch endlich mal klick klick ist ja schnell gemacht kostet euch nichts und ist für mich wirklich gut bis dahin erstmal vielen dank wieder für das interesse und macht es gut reingehauen